So, das war's. Dann gehen wir mal schnell rüber. Das Lagerfeuer, das können wir, wenn es ausgegangen ist, aufheben. Und zwar die Asche und dann können wir uns die erste Heilsalbe mal herstellen. Es wurde auch als Tipp gegeben, dass man sich eine Honigsalbe herstellen könnte. Allerdings braucht man für die Honigsalbe, soweit ich weiß, auch Papier oder Papyrus. Und Papyrus ist für mich ein bisschen zu wertvoll, dass ich mir dafür jetzt Honig-Verbände oder sowas herstelle. Die dann im Grunde denselben Effekt haben wie die Heilsalbe an sich. Und, naja. Mein K20 ist natürlich schon was an HP, aber... Es würde mir persönlich jetzt nicht unbedingt reichen, dass ich da sage, ach geil, ja, mach ich doch mal. Hört ihr bitte mal auf. Ich glaube, ich sollte die nächste Nacht mal pennen. Denn, langsam aber sicher, geht dann doch schon so ein bisschen mein Verstand kaputt. So, Asche, da können wir uns mal eben schnell eine Heilsalbe craften. Das geht ja ganz, ganz flott. Wir nehmen uns hiervon was. Und ja, Steine haben wir dabei. Müsste sich hier, glaube ich, bei Survival drin stehen. Da bin ich ganz sicher. Ja, das kann ruhig auch mal kurz ein bisschen weniger werden. Heilsalbe, ach verdammt, ja, einmal. Ich habe ja noch vergessen, dass andere Aschending raus sollen. So. Heilsalbe. So, da packen wir wieder da rein. Das legen wir mal wieder hier hin. Feuern mal nach. Und das heilt 20. Na gut, ich würde sagen, am nächsten Tag werden wir mal eine Runde pennen. Genug Gras haben wir noch, dass wir da jetzt noch ein bisschen überstehen können. Und ich persönlich bin ziemlich angespannt, weil es hat sich noch kein Gigant gezeigt. Also nicht mal im ersten Abschnitt. Und jetzt im Winter auch noch nicht. Jetzt sind wir bald in der Hälfte des Winters. Und da wird meiner Meinung nach langsam mal Zeit, dass da so ein Gigant auftaucht. Ich hoffe natürlich nicht, dass das der Fall ist. Ähm, ja. Ich habe heute auch nicht wirklich vor, viel zu spielen. Also eine halbe Stunde wollte ich aufnehmen. Weil ich ja im Grunde momentan nicht weiß, was ich wirklich machen soll. Ich erkunde jetzt gerade noch so ein bisschen die Gegend, sammle vielleicht noch ein paar einzelne Dinge. Ein bisschen Gras. Gucken wir hier und da mal ein bisschen was an. Aber große Dinge habe ich momentan nicht im Kopf. Und, äh, das hier nehme ich jetzt auch gerade relativ kurzfristig auf. Aber, naja, das kriegen wir schon irgendwie gedeichselt. Außerdem wollte ich dann so oder so im Grunde mit den Themen dann ein bisschen anfangen, darüber zu brabbeln. Und da bringt es mir nichts, wenn ich dann eine Stunde aufnehme, da, was weiß ich, wie lange auf, äh, dann, was weiß ich, wie lange wieder warte, bis die, bis die Themen da sind und ich aufnehme. Das ist ja dann auch wieder schon ein bisschen was verstrichen, zeittechnisch. So, da können wir uns dann nochmal so Pötte machen. Sollte ja eigentlich kein Problem sein. Dieses Gebiet hier ist eigentlich ziemlich geil. Also, ich glaube, im Frühling, wenn die Bäume hier wieder wachsen, boah, dann, äh, werde ich da mal reinlunzen und eins von, ein, zwei von den Bäumen töten, damit die anderen irgendwie böse werden. Und die, die werde ich dann umhauen. Ist auch nochmal eine extra Nahrungsquelle. Weil, wenn die, wenn die Bäume ja böse sind, dann lassen die ja im Grunde, äh, keine Ahnung, zwei, drei Kakteen fallen. Ich nenne es jetzt einfach mal Kakteen, ich bin mir nicht sicher, ob das Kakteen sein sollen, aber es sieht für mich irgendwie aus wie Kakteen, also, äh, Kakteen, Kastanien, sag ich, Kastanien. Siehste, der Kaktus, der hat mich schon verändert, der Kaktus hat mich verändert. Das ist alles, das ist alles das Werk des bösen Kaktus. Diese Sau. Ja, der kann ruhig wieder weg. Und mir wird kalt, mir wird kalt. Huch, jetzt habe ich aus Versehen auf ein Bild rausgeklickt. So, warte mal. Ein Wurmloch. Ja, da können wir rein theoretisch mal gucken, ob wir nicht eventuell nochmal ein, zwei Kanickel fangen können. Dann können wir uns ja eventuell so eine Ohrschützer machen. Ja, jetzt hat sich leider getan mit den Kanickeln. Äh, ne, ne, hier. Nicht essen. Los, anfeuern, du Sau. Da haben wir auch noch was Interessantes. Ja, okay, das war dann, glaube ich, nicht mehr ganz so gut. Wir können uns doch ein Kanickel fangen mit dieser Falle. Ich glaube, äh, warte mal, ich habe ja zwei Bären, das heißt, ich kann ja im Grunde das Ding essen und mir gleich noch, und dann, äh, werde ich einfach mal gucken, dass ich eventuell das Ding hier kaputt mache. So, der wird da rein, wunderschön, jetzt ist, jetzt ist der Teil auch kaputt. Und ich brauche mir auch mal eben schnell ein neues. Äh, da komm, nutzen wir das Viech mal direkt zum Feuer. Müsst ja eigentlich jetzt genau da hinlaufen. Wunderschön, jetzt haben wir zwei Kanickel, damit können wir uns dann auch wieder irgendwie so ein tolles Zeug machen. So, du wirst jetzt mal eben warm. Das sieht jetzt aus, als wäre das schon extrem heiß, ne? Och, das ist ja extrem heiß. Ja, dann gehen wir nochmal eben schnell zurück, und dann können wir uns direkt die tollen Ohrwärme machen. Und sind ja nochmal zusätzlich geschützt. Also Heatstone, die Breezy West, und dann nochmal diese tollen Ohrschützer. Also, ich finde das eigentlich gar nicht mal so schlecht. Na klar, ich könnte die Teile natürlich jetzt auch töten und fressen, aber... Hey, ich bin Kaktus. Wann kann man das schon mal sagen, Alter? Hey, ich bin ein Kaktus. Ich glaube, wenn du das tatsächlich mal irgendwo sagst, es hält dich hier dafür bekloppt. So, du darfst natürlich nicht ausgehen. Äh, beraten wir mal schnell. Weil ich dann auch wieder vorhatte, mir mal eben schnell was damit zu kochen. Da müssten ja rein theoretisch auch wieder diese Pötte rauswerden. So, da braten wir auch mal schnell. Und haben hundertprozentig gleich schon wieder ordentlich Nachschub, wegen den ganzen Spinnen, die da jetzt gerade schon wieder rumlungern. Ich seh's doch schon kommen, die Viecher, die geben mir doch haufenweise Zeug wieder. Monsterfleisch, ohne Ende. Huch, natürlich, ich hab vergessen, mich in Steam oft zu aufnachzustellen, aber ist jetzt gerade egal. Ich werde da jetzt nicht, äh, ich werde mich jetzt nicht extra noch offline stellen. Ist ja eh nicht mehr lange, was ich jetzt aufnehme. So, und ich meine da... Boah, wenn ich da gerade schon bei bin, dann muss ich mal eben kurz, äh... Oh, das jetzt mal wieder in den Hintergrund packen. Weil das hab ich ja immer im Hintergrund, damit ich sehe, wie lange ich aufnehme. Damit ich sehe, wann ich Schluss machen muss. So, warte mal. Jetzt müsste ich doch rein theoretisch auch die Teile machen können. Hier, Rabbit Earmuffs. Zack. Guckt euch den Kaktus an, er hat zwar... Äh... Alter, wo hat der denn seine Ohren? Da liegt der schon fast auf den Augen. Das ist ja eklig. Boah. Na ja, packen wir das mal da rein. Äh, und den Quatsch packen wir mal wieder weg. Wir haben jetzt auch schon wieder eine ordentliche Anzahl von, äh, Spinnenseiten. Das ist gar nicht, eigentlich gar nicht mal so scheiße. Ja, unser Verstand ist eigentlich wieder ganz gut, aber trotzdem. Ich glaube, ich penne mal eine Runde. Auch wenn ich mir nicht vorstellen kann, dass ein Kaktus in irgendeiner Weise Schlaf braucht. Aber hey. Ich meine, wenn ein Kaktus schon durchdrehen kann, dann braucht ein Kaktus auch Schlaf. Wenigstens, um ein bisschen unser Verstand nach oben zu gehen. So, natürlich wird uns gleich wieder arschkalt. Das sehe ich ja jetzt schon kommen. So. Aber dafür haben wir ein bisschen heutzutage gefahren. So, wieder ein bisschen weiter raus, damit wir da nicht zu nah dran sind. Okay, ähm. An sich würde ich ja fast sagen, ich gucke mal, ob die Schweine wieder da sind. Aber die haben sich anscheinend immer noch nicht davon erholt, dass ich die beim letzten Mal penetriert habe. Und die Pinguine möchte ich alleine nicht angreifen, weil ich hatte jetzt eigentlich gedacht, ich greife mal die Pinguine an. Einfach, weil ich es kann. Leider war es dann doch nicht so ganz wie gedacht. Ja, die Blumen sind jetzt auch wieder ganz normal. Ach, diese Pinguine, ne? Könnte ich da nicht eigentlich einfach mal ein paar Schweine reinschicken und dann, äh... Wichtig, da sofort hinspringen und dann einfach mal die Eier an sich klauen? Wie seht ihr jetzt schon anfangen, die zu fressen? Was sind das denn für Idioten? Ich dachte, das dient der Fortpflanzung, dass die Eier legen, äh... Naja. Äh, Press the Aditator. Wir können uns ja mal rein theoretisch mal angucken. Jo, genau. Sag ich an, äh... Wir brauchen für den Firestuff... Wo haben wir denn? Da. Den Shadow Manipulator. Den Ice-Stuff können wir uns jetzt schon machen. Allerdings brauchen wir dafür noch ein blaues Juwel. So, warte mal. Was wir aber machen können... Und sogar noch in dieser Folge... Ich geh mal schnell nach oben. Denn wir haben oben ja einen Mineneingang. Einen Untergrundseingang. Den können wir rein theoretisch mal kaputt machen. Da bekommen wir nicht nur Steine für... Ach, hallo, Pinguine. Sondern... Ernsthaft? Okay. Sondern wir haben dann auch noch im Grunde das Glück, dass wir in der Nacht... Batilisken da bekommen. Da haben wir ja einen. Batilisken sind im Grunde Fledermäuse. Ledermäuse. Ach, das war ein Angstschiss. Die Viecher geben uns Guano. Das ist im Grunde eine verbesserte Version der Scheiße. Zudem können sie uns Monsterfleisch oder unter anderem auch ihre Flügel geben. Mit den Flügeln können wir uns auch eine Waffe machen. Den Bat-Bat. Da haben wir ja schon so einen Flügel. Monsterfleisch packe ich mal schnell weg. Das braucht ja eh keinen Schwanz. Da haben wir noch einen Flügel. Die können wir natürlich auch essen. Ist ja klar. Na, kommt da... Es kommt, glaube ich, immer nur eine bestimmte Anzahl pro Nacht raus. Also... Ich werde es jetzt erst mal lassen. Die Teile, die... Können wir natürlich zu einem Bat-Bat kombinieren. Allerdings brauchen wir dafür, glaube ich, ein bisschen mehr... Ein bisschen krasseres Zeug, als es vorher der Fall war. Vorher war es einfach nur, ich glaube, fünf von den Bat-Bat-Lisken-Flügeln. Und... Und Stöcker. Aber jetzt dürfte das durchaus mehr sein. Ich gucke da gleich mal schnell rein. Noch haben wir ja ein paar Minütchen. So... Ja, Spinni, ne? Komm mal her. Hier ist der Onkel. Hier ist der Onkel. Aber die Tatsache, dass da jetzt gerade auch schon nichts rauskam, ist, glaube ich, ein Grund dafür, dass ich permanent die Viecher töte. Warte mal. Guano packen wir mal hierhin rein. Jo, wunderbar. Wir können mal kurz reinlunzen, was wir eventuell brauchen. Ich glaube nicht, dass das unter Fight ist, sondern das dürfte doch schon unter Magic stehen. Da waren ja Bad-Bat. Ja genau, wir brauchen Living Wood, also Living Luck, fünf Party-Listen-Flügel und ein Purple Jam. Purple Jam entsteht durchs Craften aus einem Roten und einem Blauen. Wir haben noch kein von denen, also können wir uns den Bad-Bat im Grunde auch schon ziemlich in die Haare schmieren. Die Teile werde ich natürlich braten oder, oder, keine Ahnung, trocknen. Wir können ja mal gucken, was, was, äh, brauchen wir denn jetzt gerade für so ein Drying Rack. Das dürfte ja eigentlich, wobei, das könnte ja eventuell ein Drying Rack. Wir brauchen Kohle und wir brauchen drei Rope. Wir können das einfach mal eben schnell machen. Äh. Ah, ist natürlich scheiße gerade. Na, wobei, ich werde es einfach beim nächsten Mal machen. Beim nächsten Mal fangen wir an, Drying Rack zu machen, werden natürlich bei den Partilisten nochmal ein paar Partilisten-Flügel-Farm und dann werden wir uns einfach mal, äh, gucken, äh, angucken, was wir da alles so craften können und, und was wir da trocknen können. Und hast du nicht gesehen? Und dann würde ich jetzt erst einmal sagen, war's das wieder mit der Episode und... Ja, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ähm, vergesst natürlich nicht die tollen Fragen, die ich ja, äh, um die ich euch jetzt gerade, äh, vorhin gebeten habe. Würde mich natürlich meistens interessieren, denn dann könnte ich einige langweilige Stellen in Don't Starve mit einigen tollen Fragen von euch irgendwie füllen und, ja, da haben wir, glaube ich, alle was von. Ansonsten natürlich, wie gewohnt, wenn es euch gefallen hat, ein Daumen nach oben und ein Kommentar wäre natürlich sehr nett. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüssi! Und, Kowski, würde ich einfach mal sagen... Kam da noch eine Spinne raus? Da war noch eine Spinne. Naja, egal. Tschüssi! Tschüssi! Vielen Dank.